Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 mit dem neuen PSN-Freunde-Spezial-Video für euch. Ich spiele heute nicht alleine, sondern der BVB-Robin und Freunde sind dabei. Ja, der Ego-Shooter und der iVegas. Ich hoffe, ihr habt euch richtig angesprochen hier. Ja, und Freunde sind halt dabei. Ich spiele heute bereit und ja, man, ich freue mich natürlich wieder mit BVB-Robin zu zocken. Da wurde lange nicht mal gezockt, jetzt haben wir natürlich eine Woche gearbeitet. Und hier bin ich nun, hier bist du auch. Ich höre dich. Wir stimmen es in dem Hintergrund zu hören. Headset ist wieder abgespült, ihr kennt es ja von mir. Ich habe auf jeden Fall die MTHR mit heute im Koffer und die SMAW und ich wünsche euch viel Spaß beim Commentary. Viel Spaß! So, los geht's. Genug geredet. Genug Taten gewaltet. Yo, iVegas geht da. Ja, iVegas ist der Pro-Gamer hier. Gefuckt vom BVB-Robin. Ne, BVB-Robin. Geht ab. Immer wieder die Bombe geplänzen. Jawoll, hier. Schön in die Fresse rein. Hey, das war ein Headshot, Mann. Headshot. Bombe ist online. Ey, Mann, wenn du dich die Bombe geplänzen hast, hab ich sehr so pumpig geil, der hoher so ein... Ich hätte immer die Bombe geplänzen müssen. So, okay, Bro. Achtung! Ja, vielleicht war ich noch mal mit da. Ich war nicht dran. So. Bombe offline. Was muss ich jetzt machen? Was ist das? Ich will die Sprengladung platzieren. Alter, Madel. Alter, guckt euch das an. Hier auf dem Grund hat er sich versteckt. Mit einer Sniper noch. Der Aldo-Shoot. Ja, und Atomzeichen drin. Es gibt überhaupt keine Atombomben mehr in der Zukunft. Hier, vielleicht treffe ich was. Auf der Map hab ich schon mit dem Leader... Ey, der liegt hier einfach auf dem Boden. Guckt euch das an. Schaut euch diesen Audio-4-4-Ding an. Mit der Akimbo. Schön auf dem Boden. Und dann noch mit diesen zwei Pistolen, die abgehen wie eine Maschinenpistole. Gott sei Dank hat das jemand gesehen. Ja, nimm ihn. Hey, die haben sich ja eine Brumme verkämmt. Nett, Mark. AiVegas hat das Spiel verlassen. See you later, AiVegas. Kein Problem. Wir sind immer noch genügend, Leute. So. Der EU-Shooter ist sogar der Beste. Der zweitbeste ist der BVB-Robin 97. Komm, BVB-Robin. Weiß was. Jetzt hab ich natürlich auf den Gegner gezählt, aber der hat... Der ist der Sniper-Schütze. Was musst du mich auch angucken jetzt? Leute von heute, es ist so, wie es ist. Ich sag ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer XX-Eco-Shooter und euer BVB-Robin. Bis dann. Und euer YouTube-Gamescore. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alle. Haut rein. Ich zock hier noch ein bisschen auf der Map mit meinem PSN-Freund BVB-Robin 97. Haut rein. Bin leer geschossen.